Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und wo ich heute unterwegs bin, das verrate ich nach dem Intro, aber vielleicht kann sich schon einer so ein bisschen denken. Ich bin heute auf Schalke in Gelsenkirchen, direkt am Stadion. Heute ist nichts los, jetzt ist kein Spiel, aber ich drehe einfach mal so meine Runden hier so um das Stadion herum. Ich habe mir vorgenommen, eine Stunde zu laufen. Wetter ist gut. Super. Ich war noch nie im Stadion drin. Fällt mir gerade so auf. Müsste sich mal ändern. Aber drum herum gelaufen bin ich schon mal. Gleich jedenfalls. Ich freue mich drauf. Ich freue mich so sehr drauf. Meine erste Runde habe ich hinter mir erfasst. Und ich will eine Stunde heute machen. Hier fällt diese Arena. Schalke. Ich laufe drum herum einfach stur. Ist da bescheuert, oder? Aber macht Spaß. 20 Minuten auf Schalke. Alle Dortmunder Fans werden es mir nachsehen. Ich war heute in Gelsenkirchen. Und da hat sich das angeboten, mal ums Stadion herum herum zu laufen. Wenn ich in Dortmund bin, laufe ich mal ums Westfalenstadion. Brauche ich auch mal. Aber ich muss mich jetzt weitermachen. Mein Ziel war heute eine Stunde zu schaffen. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Wenigstens ist das Wetter geil. Wenigstens das. Ich bin nur in gut 30 Minuten unterwegs. Hier sind ganz schön Hügel. Wusste ich gar nicht. Vor dem ollen Stadion. Geht immer so bergauf, bergab, bergauf, bergab. Das ist aber auch ganz gut. Das ist ein bisschen herausfordernd hier. Und nicht einfach nur geradeaus rund. Das ist ganz geil. Läuft gut. Wetter ist gut. Ich bin froh. Eine Stunde packe ich heute. Hälfte habe ich jetzt. Super. Immer weiter. Ich bin schon 45 Minuten unterwegs. Alles rund. Alles rund. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich schon gemacht habe. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall 45 Minuten habe ich. Einmal mache ich noch. Und dann bin ich bei meinem Auto. Geil. Eine Stunde ums Schalker Stadion. Super Idee. So, ich habe jetzt eine Stunde geschafft. Das war mein heutiger Sportblog. Auf Schalke. An der Arena entlang. Immer wieder. Runter rum. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gelaufen bin. Viermal oder fünfmal. Viermal oder fünfmal bin ich hier rum. Und habe auf jeden Fall meine Stunde voll. Das war wichtig. Und ich will damit sagen, egal wo ihr seid. Ihr könnt überall, könnt ihr Sport machen. Einfach die Schuhe anschnallen. Und ab die Post. Geht sogar auf Schalke. Oder irgendwo anders. Ist wurscht. Also. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportblog. Ich freue mich drauf. Also. Bis dann. Macht's gut.